das ist eine Chance mich zu kriegen eine weitere bekommst du nicht kurz Synchronität und Blablabla so und lauf ich sehe nicht wo ich hin muss das ist richtig mies okay das war zu langsam ja was so das ist total behindert nicht zu wissen wo man hin muss was ist das denn für ein Scheiß Leute hallo wie soll man das denn schaffen wenn ich weiß wo man hin muss das ist ein Dreck äh wie ist das okay ich kann es ganz wegsprungen wie auch immer Prozent hier ist der Scheiß kann ich irgendwie vorher noch trinken oder so speichern oder so ich chill hier rum aber egal anscheinend nicht Sand auffüllen ne naja der Hacker kommt ja erst wenn ich hier gut dass hier das zerbrochene Gitter schon am Band liegt das ist ja voll unlogisch Naja und los und los und los und los und los und los schluss die zuhörte oder das ist total anfällig zu wissen und hinläuft zu tun wir sind zu holen noch letztlich jetzt hat er da kam er will stecken der Bruder ich bin tot hey dreckiger scheiß ist das ein scheiß oder was ist das ein dreckiger scheiß okay ich will das aber noch schaffen weil ich muss speichern ich habe nicht gespeichert ach meine fresse was soll denn der kock hallo was soll misst holen und dann ist ja bitte und weiter geht's war so ein dreck das ist echt mies nicht blöd die kiste da zerstören wo ist das ein scheiß ich sehe nicht wo ich hin muss ja ein neim ich bin ich war verarscht ohne spaß leute ich fühle mich voll verarscht gerade das ist doch der ganze kacke oder sagt mir nicht dass ich natürlich starte ich noch mal hier hey was ist das denn oh man immerhin kann ich jetzt den weg aber das bringt mir auch nicht viel weiter erlaubt du dir jetzt sind nur zwei kisten da ist das ein scheiß ich kann mir genau sagen wo ich lang muss die. Oh, ich will nur rüberspringen oder was? Scheiße, scheiße. Okay. Okay. Der Haka kann jederzeit wiederkommen, habe ich so das Gefühl. Ich habe eine zerbrochene Klinge, cool. Fällt mir jetzt also auf. Ich möchte bitte erst was trinken. Jetzt sagt mir bitte nicht, dass ich nichts trinken kann. Ich muss doch irgendwo...